Maria durch ein Rund... Mensch, Josef, du hast mich über erschreckt! Hallo, ich bin Gabriel und Maria hat ein Baby im Bauch und die sollte das Jesus nennen. Aha. Das war ein Engel. Jesus, ja. Ein Baby. Hey, ihr! Wo kommt ihr her? Äh, Josef kommt aus Bethlehem. Da müsst ihr jetzt hin, Volksseelung. Kaiser Augustus hat's befohlen. Oh nein! Den ganzen weiten Weg, oh Gott. Das wird aber schwer. Hey, was macht ihr hier? Wir brauchen eine Herberge. Alles zu, hinten im Stall vielleicht ist Platz, auf der Rückseite. Das Baby kommt. Das Baby kommt. Um Himmel hoch, da kommt ihr her. Oh, da kommen drei weise Männer aus dem Morgenland. Sie bringen uns Gold, Weihrauch und Myrrhe. Frohe Weihnachten aller Seid! Frohe Weihnachten allerseits! Das war's.